Ich war eine der Ersten, die miterleben musste, wie das Vergessen zur Epidemie wurde. Wir dachten, wir hätten diesen ewigen Ort erschaffen. Es schien die perfekte Lösung zu sein. Wir dachten, wir wären sicher. Alles, was der Menschheit widerfahren ist. Was wir erreicht und durchgemacht haben. Es ist alles hier. Doch es gibt Dinge, die auch wir nicht voraussahen können. Und jetzt bricht alles zusammen. Es breitet sich von innen aus. Und bevor wir es wissen, ist alles weg. Gelöscht. Die Letzten suchen nach einem Ausweg. Versuchen zu wahren, was sie finden können. Okay. Aber was bleibt uns, wenn niemand mehr hier ist, um sich zu erinnern? Und was bleibt uns, um sich zu erinnern? Und was bleibt uns,